Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Autismus Kompakt, dem Podcast zum Thema der Autismus Spektrum Störung von und mit Timo Warnholz. Wir starten sofort ins Thema. Schön, dass ihr da seid. Und das tun wir natürlich auch sofort. Und heute sprechen wir mal wieder über einen Bereich der Wahrnehmung. Und es geht in diesem Fall um die vestibuläre Wahrnehmung, also den Gleichgewichtssinn. Und der ist ja so rein vom Instrument oder von der Mechanik im Innenohr beheimatet. Und er nimmt so Dinge wahr wie Beschleunigung oder schnelle Bewegung. Und das ist natürlich ein Bereich, der in unserem Leben auch durchaus eine Rolle spielt. Und hier kann es schon mal ganz schön irritierend sein, wenn wir hier Über- oder Untermfindlichkeiten haben. Und auf diese beiden Ausprägungen werden wir uns heute wie gewohnt auch konzentrieren. Und wir starten heute mal mit den Überempfindlichkeiten, wie eigentlich ja jedes Mal. Ja, das ist erstmal eine gute Frage. Was kann denn das überhaupt heißen, wenn Menschen überempfindlich sind, im Gleichgewichtssinn oder in der vestibulären Wahrnehmung? Ja, das zeichnet sich durch eine Reihe von Symptomen aus, die dafür relativ prägnant sind. Und wir starten mit einem typischen Symptom, wenn Menschen überempfindlich sind, im Gleichgewichtssinn, nämlich dem Schwindel. Das bedeutet, dass Menschen, die überhaupt nicht in der Lage sind, Achterbahn zu fahren oder vielleicht auch längere Autofahrten zu überstehen, weil ihnen die ganze Zeit dabei schwindelig ist oder schon, wenn sie sich irgendwie zu schnell drehen oder bewegen, fast hinfallen dabei. Dann kann es sein, dass hier eine Überempfindlichkeit im Gleichgewichtssinn stattfindet. Ja, und das sind so die Personen, die erstmal gar nicht so auffallen. Die haben einfach nicht so viel Lust auf Achterbahn und Karusselle und schnelle Schaukeln. Kann auch ein Thema sein, das relativ schwierig für Betroffene sein kann. Und dementsprechend ist Schwindel hier ein ziemlich klares Indiz. Und zum Schwindel gehört auch ganz oft als Begleiterscheinung die Übelkeit. Und ja, das bedeutet, dass Menschen, wenn sie überempfindlich sind und sich vielleicht ein bisschen zu schnell bewegen oder vielleicht auch zu schnellen visuellen Reizen folgen, also wenn sie zum Beispiel einer laufenden Schrift auf einem Bildschirm oder sowas folgen, dass ihnen da auch schon ganz übel wird. Und auch hier ist das Thema Autofahren wieder so eine Sache. Es gibt ja Menschen, denen beim Lesen oder beim Außenfenster gucken plötzlich schlecht wird. Und die werden da von ziemlicher Übelkeit überkommen. Und das ist auch ein klares Indiz. Ja, und dann gibt es natürlich Lebensbereiche, wo man ganz klar dann auch so bestimmte Ängste in die Verbindung bringt. Zum Beispiel ist das so, wenn Menschen so ab einer bestimmten Höhe so ganz komische Wahrnehmung bekommen. Und das geht bei überempfindlichen Menschen schon so ab zweiter Leiterstufe oft los. Und da fällt es diesen Menschen dann relativ schwer, aus der Balance zu halten. Und ja, Schwindel und auch Übelkeit können auch in diesem Bereich eine Rolle spielen. Dann gibt es Empfindlichkeit gegenüber Bewegung. Also wenn ich mich zu schnell bewege, mein Auto zu schnell fährt, ich zu schnell schaukel, ich auf einem Boot fahre, das zu schnell fährt, dann kann es auch dazu führen, dass sich für mich ganz unangenehm anfühlt, wenn ich eine Überempfindlichkeit in diesem Bereich habe. Ja, über visuelle Reize haben wir schon gesprochen. Also wenn wir halt zum Beispiel ein Computerspiel spielen, dann kann es sein, dass wir aufgrund der vielen schnellen Bewegungsabläufe auch wieder in Schwindel oder vielleicht sogar in Übelkeit geraten. Und das ist eine ziemlich, ziemlich einschränkende Geschichte, denn wir sind ja ziemlich viel auch von visuellen, schnellen und schnell geschnittenen Bildern konfrontiert. Und das sind ja so Dinge, die im Fernsehen schon auch relativ viel passieren, um ja auch ein bisschen Spannung in so bestimmte Szenen zu bringen. Und wenn wir hier überempfindlich sind im Bereich der vestibulären Wahrnehmung, dann kann das schon relativ schnell auch wieder zu unangenehmen Nebeninfekten führen. Und in der Regel ist es dann so, dass Menschen, die hier überempfindlich sind, auch viele dieser Reize vermeiden oder viele dieser Situationen, die dazu führen, dass vielleicht diese Gefühle auch entstehen können. Zum Beispiel ja nicht mit Autofahren, nicht irgendwie auf den Jahrmarkt gehen oder aufs Volksfest oder was es da alles so gibt. Und das kann natürlich relativ schnell auch zu sozialer Isolation führen. Als nächstes gucken wir uns mal an, wie das aussieht, wenn wir unterempfindlich sind. Denn da gibt es natürlich auch ganz deutliche Anzeichen für. Zum Beispiel, wenn wir so geringe Reaktionen auf bestimmte Bewegungen wahrnehmen, also zum Beispiel im Karussell, in der Achterbahn oder beim Fallschelmsprung sind, dass das gar nicht so führt, dass es uns übel wird oder schwindelig, sondern dass wir dann erst in so eine Art angenehme Wahrnehmung kommen. Das heißt, Menschen, die zum Beispiel viel Extremsport machen, Bungee-Jumpen, ähnliches, könnten durchaus an einer Unterempfindlichkeit im vestibulären Bereich leiden. Ja, und die Gleichgewichtsreize werden auch nicht so sensibel wahrgenommen. Das ist ja so ein bisschen in der Natur der Geschichte. Und dann kann es dazu führen, dass Menschen oft stolpern, hinfallen und bei bestimmten Bewegungen dann irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten, weil sie gar nicht die Sensibilität so hatten und gar nicht gespürt haben, dass sie jetzt schon in so einer Rotationsbewegung sind. Das ist natürlich auch etwas, wo durchaus auch ein Gefahrenpotenzial durch entstehen kann. Ja, und manche Menschen, die dann so unterwegs sind, also gerade so diese Bungee-Jumping- und Karussell-Fraktion, die haben auch eine weitere Gefährdung, die schnell mal eintritt, nämlich, dass sie zu starke Risikobereitschaft zeigen. Nämlich dadurch, dass sie diese Wahrnehmungserfahrung machen wollen, versuchen sie halt immer schneller, immer höher und immer weiter zu kommen. Und das kann natürlich auch durchaus mal ins Auge gehen. Ja, und bei Kindern oder ja, oder auch Jugendlichen, Erwachsenen natürlich auch, entdeckt man auch schnell mal so Auffälligkeiten wie zum Beispiel, dass diese Besonderheiten in der Wahrnehmung sich zum Beispiel auch auf die Bereiche der Motorik auswirken. Zum Beispiel kann es sein, dass komplexe motorische Aufgaben, wie zum Beispiel was, wo man das Gleichgewicht halten muss, oder Körperkontrolle beim Sport wäre ein Thema, oder auch Zeichnen von Linien oder Jonglieren. Das sind alles Themen, die können sehr, sehr schwierig sein, wenn man nicht den entsprechenden Gleichgewichtssinn hat in seiner Ausprägung. Und dann kann es sein, dass das schon relativ große Irritationen produzieren können. Ja, bei der visuellen Wahrnehmung, also nein, bei visuellen Reizen, sagen wir mal so, kann es sein, dass Menschen sich da besonders wohl fühlen, wo ganz viel Flatterlicht ist und wo sich Dinge schnell optisch bewegen, wo ganz viele Lichteffekte und so nacheinander, aufeinander einprasseln. Das kann sehr, sehr angenehm sein für Menschen, ganz im Gegensatz zu halt den überempfindlichen Menschen, die bei einem Computerspiel schon mal relativ schnell in große Problemlagen kommen können, wenn da die Bewegungen und Schnitte und so zu schnell sind in der Visualisierung. Unterm Strich, also so zusammenfassend, könnte man sagen, dass man hier einfach ein bisschen auf diese Sensibilitäten eingehen muss. Es gibt nicht so viele gute Strategien, jetzt Menschen immer von diesen Situationen fernzuhalten, die sie jetzt so stark vielleicht auch negativ beeinflussen. Also man könnte zum Beispiel so Sachen machen, wie natürlich gehen überempfindliche Menschen dann nicht ins Karussell. Und wenn man welche dabei hat, im Auto zum Beispiel, ist es auch manchmal sinnhaft oder sehr nett zumindest, wenn man nicht ganz so schnell fährt und alles mal so ein bisschen entspannter angeht. Und es ist einfach wichtig, auch hier auf die Gefahrenpotenziale zu achten, denn zum Beispiel Kinder, die so unempfindlich sind, die kommen auch schnell in Gefährdungspotenziale. Wenn sie zum Beispiel so hoch schaukeln, dass sie irgendwann abheben und dann irgendwie fünf Meter durch die Luft fliegen, sowas kann ja durchaus passieren, wenn sie die Haftung zur Schaukel verlieren oder vielleicht auch irgendwo runterfallen, weil sie mit diesem Höhenerleben in der vestibulären Wahrnehmung dann auch irgendwie spielen und das ganz interessant finden. Und natürlich sind auch einige Extremsportarten, also später für die erwachsenen Menschen, die hier sehr stark in der Unterempfindlichkeit unterwegs sind, auch nicht ganz ungefährlich. Also so gilt es hier wieder, so ein bisschen das Hintergrundwissen zu befragen und ganz viel Verständnis für diese verschiedenen Wahrnehmungsauffälligkeiten aufzubringen. Und dann kann man die Menschen auch gut durch solche Situationen bringen. Und mit diesem Gedanken lasse ich euch jetzt mal alleine. So, und das war es jetzt für heute. Und ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt. Das hat mich sehr gefreut und besucht mich gerne auch in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Facebook oder auf Instagram. Oder abonniert einfach meinen YouTube-Kanal, wo ich euch auch einmal wöchentlich ein Video zum Thema Autismus-Spektrum-Störung präsentiere. Und lasst dort gerne ein Abo da, genau wie hier natürlich auch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.